Ich bin Maxim Kokodusch, 21 Jahre alt und ich komme aus Hamburg. Ich studiere Immobilienwirtschaft und Projektentwicklung an der Fresenius Hochschule in Hamburg. Ich habe vier Semester Jura studiert, bevor ich Immobilienwirtschaft angefangen habe. Ich habe gemerkt, dass es mir nicht so gefallen hat. Und jetzt habe ich diesen neuen Studiengang für mich gefunden. Ich bin viel zufriedener, viel glücklicher, habe viel mehr Spaß am Lernen. Und habe auf jeden Fall gemerkt, dass das die richtige Entscheidung war. Also nach zwölf Jahren Schule und dann, wie gesagt, vier Semestern Jura, alles in Präsenz. Das war natürlich erstmal eine krasse Umstellung. Also das letzte Semester Jura war auch schon online. Und es ist viel schwerer, sich zu motivieren, zu lernen, wenn man seine Mitstudenten nicht mehr persönlich sieht und sich nicht mehr trifft zum Lernen, sondern alles nur noch vor dem Monitor stattfindet, im Zimmer. Und der Fernseher gleich nebenan ist und dein Bett auf der anderen Seite steht. Dann ist es viel schwerer, sich zu motivieren. Aber ich bin froh, dass wir das durchgemacht haben. Und jetzt denke ich, dass wir viel dankbarer sein müssen und viel mehr schätzen müssen, wenn wir wieder in die Uni gehen können und wieder mit Leuten sein können. Und wenn jetzt alle geimpft sind, auch wieder das ganze soziale Leben weitergeht. Und man wieder das alles machen kann, was man vorher für selbstverständlich gehalten hat. I'm not gonna be a lawyer, man. I mean... An interview is question and answer, man. My life is not that interesting, coach.